Ich habe keinen Aim, also das war beim letzten mal mit Laserschwert und schon echt viel angenehmer. Wir können den Chat vom Himmel geholt. Ah cool, One-Shot. Ach, ja ich auch. Ich mit meinem Level 4 gammel hier auch rum. Aber irgendwie die Sturmgewehre an sich sind da irgendwie schon. Ich muss fucking crouchen, gedrückt halt. Können wir da hinten hin, wenn wir voll viele weg haben. Ach, ich bin wieder One-Shot. Oha, besiegt. Oh nein, kein Luke. Da vorne, ich sehe ihn doch. Ja, ich habe keinen Aim. Es ist so hart die Flieger zu treffen. Ich habe den voll clean abgeholt, fällt mir gerade auf. Oha. Kann er jetzt erstmal wach? Der heißt einfach, Benne hat einen Dicken. Was? Was? Guck mal, bei dem kannst du spawnen. Ja, das sieht schlecht aus, Lea, ne? Ja, das sieht schlecht aus, Lea. Was? Was? Junge, da hängt wer! Da hängt wer! Hä? Da hängt wer! Wie sie hängt mit dem Arm fest! WTF? Da hängt er einfach mit dem Arm in der Treppe drin! Oh nein, Obi-Wan, 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 Obi-Wan. Da, die kommen von alle da hinten. Ach, Mann! Schon wieder weggebombt, Alter! What the fuck! Scheibenkleister! Cool, Elite Verbündeter greift ein, das ist unsere Chance. Was für Chance, wir haben verloren. Alter, ich muss... Ich würde sagen, wir spielen einfach Garden Warfare, Chris. Ich bin schon wieder in die Luft geflogen. Ich hab das noch nicht. Ich bin schon wieder in die Luft geflogen, Orbitalangriff. Da, da, da Flankwärter von rechts. Tot. Lampen. Juhu! 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 Kraster aus, Junge. Boah, was ein-Snipe! Hey, Banjo, ich spawn neben dir und beginnst den Toten. Ja, weil ich gerade abgeschossen wurde. Jetzt geht's los. Ich glaube, man kann die Teile kaputt machen. Er rollt einfach. Copy. Orbitalangriff! Wohin muss ich da? Äh. Äh, einfach weg. Die Pobos. Ich hab gerade irgendein Fliegeding kaputt gemacht. Heute Englisch? Hier wird gar was gestartet. Jetzt, jetzt! Irgendwohin! Wie war eigentlich heute der Film bei euch? Ich bin in die Luft geflogen. Ey Jungs, ist Ewok gut? Oder der hässliche Scheiß-Wookie? Oh! Äh! Hier! Oh! 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 Let's go! Ich möchte Leute killen jetzt hier. Ey, man kann sich doch auf X hinsetzen, nicht auf C. Oh! Ich hab einen weggemacht. Mein erster Kill mit Luke. Let's go! Oh! Hier ist ein... Hier sind zwei... Scheiße! Äh! Ah! Ich bin tot! Weg mit euch! Ach man! Der Franz Herbie hat mich gekillt! Irgendwie klar ist, ich hätte das lang überlebt. Ach, ich bin wieder in die Luft geflogen. Ich bin wieder in die Luft geflogen. Ich bin wieder in die Luft geflogen. Ja, ist denn die Verlängerung? Ja! Weil ich lieber eins dran rauskomme. Äh! Da oben! Wie schlecht die sind! Jawohl! Was? Das gibt's nicht, Alter! Aber ich dachte gar nicht. Jetzt ist einfach richtig... Easy. Einfach nicht dran gezweifelt! Ey, wie das ist das? Wieso sehen wir eigentlich so sch... Guck dir mal die Rolle an vom Troiden, Alter! Das ist der absolut verkrüppelt aus. Ah! Die Klonel ist jetzt was anderes, ne? Gegen die Klonel zu kämpfen. Granate! Wie er ruft, Alter! Der Scheiß-Triid. Ich flank sie jetzt. Zitomi-Möbel. Mal mit. Für tot. Oh, ich kann fliegen! Ey, was nehme ich, was nehme ich? Ich zeige euch jetzt, wenn man richtig den Flieger nutzt. Da fliegt vielleicht jemand in der Luft, der magst... Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Wie fliegt man denn so... Wieso ist denn Fliegen so scheiße? Ey, warum ist denn Fliegen so kacke? Ja, es ist auch kacke. Das Schiff nimmt Schaden, ja echt, das merke ich selbst. Kann ich irgendwie schnell ziehen? Das ist gar nicht mal so geil, tatsächlich. Es ist so verkrüppelt, was ich hier mache. Ey... Das ist einfach Hans Solo 2. Oh mein Gott! Ich habe ihn irgendwo hingelenkt und ich bin ja fast selbst verreckt. Oh, Mayday! Da ist wieder Hans Solo, der fliegt aber schon wieder. Hans Solo 2. Also Vader of Dammit macht null Sinn. Ich habe ja wieder Hans Solo abgeholt. So gut. Ey, mach mal einen Kamikaze-Flieger. Wohin? Du düßt mal einfach irgendwo komplett in Klone rein, oder? Okay, warte. Weiß nicht, was sind die denn? Hier? Ich glaube ich, wenn du das warst. Ja, das war ich. Digga, die werfen einfach nur Granaten raus. Ja. Da steht direkt einer rechts. Den Messer ich jetzt. Boah, wie du denn die Messer da hast? Ich glaube, ich habe ihn nicht gekillt. Der Mookie taunt es einfach! Ey, wir haben verloren, oder? Das war's. Wir haben verloren, das war's. Das war's. Das war's. Schade. Game over. F, 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 F. Ey, du hast aber Eason-Jet geschaut. Seid ihr so schnell da hinten eigentlich, zu zweit? Hä? Ich glaube, ich habe das gerade gesehen. Was war das? Ich habe nur die Silhouetten gesehen von euch. So, jetzt zeig mir, wie du den Gegner weg machst. Das wird mir so drauf. Da hab ich bekommen. Schön. Schön, der wurde direkt weggemacht, der Lappen. Ich würde sagen wir werfen da... Ich bin tot. Prinz Valium hat mich in die Luft gesprengt. So, wir spawnen hinterm Chrisso. Hey, hinter diesen Tree, Chrisso blind! Da ist Sergeant Barone. Ich glaube, manche mir gerade an meine Nase im Kopf. der fein zieht sich zurück Banyo, Banyo, komm mal her was ist das denn? wie fett ist er denn? siehst du das? wie sieht das aus, alter ich schieße mir den Arsch der kriegt den Nate unten drunter oh, Junge oh, nein, Gegner er hat mich direkt gewonshottet, der Schwitzer der hat mich gekillt wer ist er denn? hey, er hat uns gerade alle abgeholt also die Runde ist trash, die schneide ich raus na, das war es? echt jetzt? ja, wo war ich? scheiß spielen das ist ja fucking Count Dooku mit dem Bademantel ja, wo war ich denn? ja, wo war ich denn? ja, wo war ich denn?